Die Gespräche, die wir geführt haben, deuten nicht darauf hin, dass das jetzt eine Kernfrage ist oder eine entscheidende Veränderung. Natürlich möchte jeder Spieler wissen, wie sind wir im nächsten Jahr aufgestellt, wie sind unsere Ambitionen. Aber der Weggang von Tim Wiese bedeutet nicht gleichzeitig auch, dass wir keine Ambitionen mehr haben. Wie gesagt, Tim hat das sehr, sehr gut gemacht, ich sage es noch mal, sieben Jahre und mit einer sehr guten Entwicklung. Dass das eine Veränderung in unserem Tor sein wird, das ist ganz klar, aber das bedeutet nicht, dass wir weniger Ambitionen haben und dass im nächsten Jahr ein Torwart im Tor steht, der nicht eine ähnliche Klasse hat.